moin und herzlich willkommen zu 882 in rohstoff tagesausgabe der formations data am donnerstag dem 6 november 2000 und fahrzehn und der blick auf die rohstoffliste hallo rohstoffliste kommt doch nicht vorbei du musst nicht schüchtern sein so er wird ihnen bloß 0,5 prozent kopf 0,3 gold und silber plus 0,19 0,12 dann haben wir palladium minus 0,6 platin minus ein prozent und gut gestern noch heute schon wieder früh mit minus 1,36 prozent heute machen wir speed analyse sind sie bereit auf die plätze fertig los gold macht heute eine doji kerze ähnlich so wie wir es hier auch anfang der woche hatten ist dass er eine bärische konsolidierung hat potenzial das tiefere tief zu machen mit dem was wir hier sehen und mit dem deutlich fallenden momentum und natürlich auch mit dem was wir über die woche sehen wenn wir uns das ganze über den zehn minuten chart anschauen ich weiß jetzt werden sagen um zehn minuten was geht jetzt ab also schauen sie dass die stange dass die flagge dass die nächste stange und dass die nächste flagge das heißt wenn wir hier die zone um die 100 nein 1137 bärisch aufgeben dann haben wir potenzial in richtung 1120 1100 zu laufen und wenn der markt schafft diese seitwärts konsolidierung bullisch aufzulösen über diese 1155 zu gehen dann ist das ziel im bereich von 1165 dann ist es wahrscheinlicher dass der markt wieder die ziele die wir miteinander besprochen haben auf der unterseite abarbeitet und erst wenn er schafft hier über diese 1180 drüber zu gehen dann hat er das potenzial in richtung 1200 zu laufen das zieht aber aktuell muss man sagen weniger wahrscheinlich aus im moment sieht das so aus als wenn wir hier wieder eine konsolidierung machen und eine fortsetzung machen selbst wenn ein pullback macht der markt sieht short aus der ist überverkauft der braucht eine konsolidierung der muss die überverkaufte situation abbauen dann sind die wahrscheinlichkeiten für die bären aktuell größer silber ähnlicher schnack hat hier moment so wieder zehn minuten chart hier ist die erste flagge da ist die konso da ist die zweite flagge und hier ist gerade die zweite konsolidierung ein bisschen nach oben laufender trendlinie wie sagen einfach unterhalb der 15 15 nochmal ein prozent in richtung 15 dollar und dann in richtung 14 70 14 50 schafft es der markt hier über diese 15 60 zu laufen dann haben wir potenzial in richtung 15 80 16 und mit der oberen begrenzung in richtung 16 20 zu laufen der markt sieht wenn man sich das so im tageschart anschaut mit der umeinander geschlungenen und geschlungenen k und d linie mit der schwäche was wir in der woche sehen nach wie vor schwach aus müssen uns darüber im klaren sein dass wir in richtung einer potenziellen unterstützungszone laufen und ich wäre hier vorsichtig additiv nach einer tag konsolidierung noch mal etwas bärisches als swing trading oder positions trading durchzuführen bedeutet aber nicht dass dieser markt dann long ist wenn wir uns platin anschauen muss man sagen platin sie schwach aus wenn der hier liegen bleiben sollte hier in dieser zone und nicht hochkommt und dieser überverkauf der situation vielleicht so zwei drei tage abbaut klarer short kandidat klarer short kandidat dann unterhalb der 1200 mit potenzial für eine fortsetzung der bärischen bewegung sie müssen sich das so ansehen der wird ausverkauft und bleibt liegen ist mehr bärisch als dass es bullisches und hat der potenzial eine fortsetzung zu machen und wenn wir uns palladium anschauen muss man sagen ja sieht ja auch aus wie eine stange und dann ist das hier eine mögliche flagge und dann kann man es auf der bärischen seite traden das finde ich nicht so ganz einfach weil wenn er nämlich hier und drunter geht unter die 730 fällt dann hat er zwar die 200 wochen linie bärisch aufgegeben aber noch nicht diese trendlinie 720 700 da tue ich mich schwer dass auf der bärischen seite zu traden und was ist jetzt hier so eine art boden bildungsformation ja aber dafür muss erst mal hier oben durchgehen und range trading müssen wir gucken ob er uns über den stunden chart hier eine trend umkehr gibt dann würden wir vielleicht range trading machen ansonsten so einfach fallen jetzt noch mal kaufen während wir eher zurückhaltend wenn man sich gut anschaut weil wir uns das noch die letzten tage angeschaut haben ich wiederhole mich da sehr gerne es gibt hier nichts was man als swing trader oder positions trader anfassen kann weil die woche extrem schwach aussieht alles was nach oben läuft hat potenzial zumindestens hier in richtung dieser alten tief zu laufen solange dieser wochen chart so unfassbar schwach aussieht ausverkauf das ist das fallende messer in das sie greifen würden wenn sie versuchten den boden zu kaufen und ich weiß nicht ob ich das schon erzählt habe ich glaube als der markt hier war also wir waren dann 20 prozent höher hat mir schon einer geschrieben hier die commercial die sind fast nicht mehr short und die kleinen spekulanten sind total short ich weiß nicht wie das war und daran kann ich ableiten auf den chart gucken hier auf dem chart liegt die wahrheit alles was an stärke potenziell reinkommt sollte abverkauft werden für ein swing trader für ein positions trader überhaupt nicht interessant wenn sie eher in die kleineren zeiteinheiten gehen dann kann man sagen okay über die kleinere zeiteinheiten haben wir schon eine kleine boden bildungsformation durchgeführt das ist nämlich das hier eine art doppelboden was nicht ganz sauber ist hier mit der nacken linie ist bullisch aufgelöst worden ich mache es mal größer und wir laufen zurück an die nacken linie für eine unterstützung und kommen jetzt wieder nach oben das hat hier potenzial für eine fortsetzung zunächst einmal hier an die horizontale 79 das war ja hier ehemals unterstützung gewesen ist bärisch aufgegeben worden wurde zum widerstand dass die erste widerstand sondern wenn das bullisch aufgelöst werden sollte dann so in richtung 80 dollar fallen der 200 stunden die wird ja nicht exakt bei 80 dollar sein wahrscheinlich wenn wir da hinkommen und wir haben aktuell noch oberhalb der 80 bei 81 15 aber deutlich fallen die 20 tage linie dass wir dann so eine potenzielle widerstand zone vielleicht auch 1860 und dann hat der markt wieder widerstand aber sofort dreht weiß ich nicht aber das hat zumindest ein setup nur was man wissen muss ist wenn man diesen setup tradet tradet man nicht hier den boden und versucht jetzt da hinzukommen nee man versucht in etwa will nichts falsches sagen warten sie 77 70 an die 79 man versucht also 120 pips zu kriegen kann man machen muss man sich nur darüber im klaren sein dass die wahrscheinlichkeit groß ist dass wie auch immer diese bewegung ausfällt man muss ja nicht seine position kehl dass die gegenbewegung reinkommt und dass sie zumindest potenzial hat in richtung der gleichen tiefs zu laufen wenn er so was ähnliches was er hier über die stunde gemacht hat auch über den tag macht dann kann man sagen okay dann stellen sich vor dass wir der tagesstabend muss sagen ja mensch das sieht interessant aus wenn die größere zahl hat das unterstützt die woche dann kann man das eher tradet so ähnlich wir werden das über unsere trägerliste nicht reden sonst kriege ich tradetes bin ich die ganze zeit nur dabei die trägerliste hin und her zu packen aber vom setup her durchaus interessant und auch vom chancen risiko verhältnis so haben wir alles ich glaube schon eins noch wenn sie das selber machen möchten wenn sie gerne ein trading mentor haben der sie auch nach dem seminar weiter begleitet wenn sie sich denken ah ich weiß aber so wenig wahrscheinlich sind das alles profis dahin kommen nee die kommen hier dahin weil es keine profis sind je weniger sie trading erfahrungen haben desto leichter fällt es ihnen sich umzustellen wissen brauchen sie nicht alles was sie fürs seminar brauchen alles was sie unser mentor programm brauchen bekommen sie anhand von lehrvideos die gucken sich an und dann kommen sie zu unserem seminar und machen dann das anschließende mentoring ein halbes jahr lang mit uns genau wenn sie das interessiert schreiben sie uns ich schicke freue mich wenn ich ihnen dann informationen zu senden darf alles unverbindlich können sich das dann in aller ruhe durchlesen bleibt was noch übrig na klar ja morgen wenn sie mögen freuen wir uns gibt es natürlich wieder eine dax ausgabe heute hat wieder die analyse sehr gut gepasst ich würde sie sagen perfekt aber hat sehr gut gepasst wir gucken auf die forexes silvio ist tatsächlich morgen für sie da heute ist seine ausgabe ausgefallen da hat er dann einen kundentermin und musste die ausgabe ausfallen lassen morgen ist er wieder für sie da und selbstverständlich sind wir morgen arbeit wieder da mit einer rohstoff tagesausgabe was haben wir noch nicht na klar risikomanagement jemand der gerade das trading lernt aber nicht an seinem mentor programm teilgenommen hat hat er mir erzählt dass er in einem buch gelesen hat dass man ein stop loss entweder technisch setzen kann das heißt wird dann ausgeführt wenn der markt über oder unter einen bestimmten wert fällt oder man kann es auch mental machen wenn man daytrading macht und davor sitzt das würde ich nicht machen gerade wenn ich wenig erfahrung habe dann machte markt eine stärkere bewegung dann entstehen verluste und dann muss man sich aktiv dafür entscheiden dass man diese verluste realisiert das fällt einem gerade als unerfahrener trader extrem schwer würde ich nicht machen okay hat er trotzdem gemacht mit dem ergebnis dass ein day trade eingegangen ist und auf das ding hat er vier tage gesessen am ende hat er das mit relativ großem verlust dann glatt stellen müssen was ich ihnen damit sagen will ist wenn sie trading brauchen sie nicht einen mentalen stop loss sondern sie brauchen einen echten stop loss damit sie ohne dass sie darüber nachdenken und her rechts und links gucken drauf und sagen oh ich bin ausgestopft und dann kümmert sie es auch nicht es sei denn sie haben vorher eine zu große position gewählt freunde egal wann ihr taten wann sie taten positionsgröße vernünftig wählen und vor allen dingen taten sie bitte wann immer sie taten mit einem stop loss haben sie nochmals ganz herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit für heute habe ich wieder mal schnell geredet aber eigentlich alles wesentliche gesagt vielleicht noch eins mein name ist haben das nahi und ich wünsche ihnen dass sie hoffentlich alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie uns formationsteil dann doch bitte gewogen sie